ja hallo und herzlich willkommen zu diesen neuen video auf diesem kanal vampire heißt das spiel ich freue mich euch dieses game vorstellen zu dürfen und mit euch hier zusammen zocken zu können lehnt euch zurück ich wünsche euch viel spaß mal ein etwas anderes video hier wir werden sehen was wir für sachen tun müssen wie das spiel ist denn ich habe sowas bis jetzt noch nie gespielt und ja so durch das gefallen könnt ihr mir gerne schon mal ein leichter lassen dann sehe ich dass ihr darauf Bock habt da ist so erstmal kontrolle ich habe der komisch weiß nicht mehr funktioniert lol we're all set now to begin tell me what do you see i don't know ok try this focus on your vision we're all sent here no no it's too late it's too late now we're all set ouch da hat was geknackt aber ganz gewaltig we're coming we're all set so eine schöne stadt die man richtig edel aus auf jeden Fall new die ch Pablo die 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 das Wir haben ein Problem. Lass sie zurück. Lass sie zurück. Was ist passiert? Es ist der Prinz. Wir müssen schnell gehen. Es geht ja schon mal gut auf jeden Fall los. Das ist meine Einführung meiner anderen Geschmack. Ich war in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck! Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, dammit. This has got to be bad, M.M. I'm sorry. It's not like you had anything to do with it. I'm sure... You don't get it. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem. Yeah, except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a Harpy. The Prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase two. We clean house. What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. Did you say this is the first code red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for four years now. They took away our internet access. Our smartphones. It's called risk mitigation. That's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the Prince. They could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. What comes after phase two? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run, we leave everything behind, and we go into hiding. As far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be all right? What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah, I know. Just keep your cool, and it'll be fine. Ah, my little darlings. You're here at last. The fear that something horrible had happened to you terrified me. No call for theatrics, April. The Prince has to see you as soon as you arrived, Amin. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a cold red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Disziplinen. Vampire haben übernatürliche Fähigkeiten, die sie von ihrem Clan vererbt bekommen. Disziplinen. Einige Disziplinen können in Diaglogen verwendet werden. Wie bei Fähigkeiten gewinnen auch hier die höhere Stufe. Nicht allen Vampiren stehen alle Disziplinen zur Verfügung. Manche Sterbliche können über gewisse Kräfte verfügen. Doch die meisten von ihnen können sie nicht vor Disziplin schützen. Der Einsatz von Disziplinen generiert Hunger. Hunger hat einen Wert, der nicht überschritten werden kann. Das schränkt den Einsatz der Kräfte des Vampirs ein. Vampire, die ihr Hungerlimit erreichen können. Die Kontrolle verlieren und den nächsten Sterblichen anfallen oder von ihm trinken. Wieso kann ich das jetzt nicht auswählen? Ich kann wirklich nur Abrill schmeicheln. Das ist das einzige was ich machen kann. Ja. 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 mal was wir machen müssen wir werden schon mal von den dienern freundlich empfangen mit der lang kann man nicht das ist schon mal sehr gut ich höre schon mal viele stimmen so